Aber der Diamond-Spieler müsste eigentlich eine richtige Rans-MMR mittlerweile haben. Weil alle anderen sind Platin oder Gold. Das heißt, meine MMR ist eigentlich gut. Aber der Diamond-Spieler, der hat wahrscheinlich eine Losing Streak. Ja, Brimstone spiele ich sehr gern. Breach ist eine Zeit lang mein Lieblingsagent gewesen, aber ich finde seine Ultimates so unnötig einfach. Und daher bin ich da so ein bisschen auf der Suche gerade nach meinem neuen Lieblingsagent. Ich finde Killjoy aber auch nice. Ich finde Killjoy auch sehr nice. Allerdings komme ich nicht so wirklich dazu, die zu picken, weil die wird immer weggepickt. Das ist immer so mit neuen Agents. Am ganz am Anfang habe ich nur Rays gespielt. Am ganz am Anfang habe ich nur Rays gespielt. Ach, ich habe irgendwie was gehört. Deswegen wollte ich eigentlich rechts gucken. Und dann habe ich die gesehen. Scheiße. Aber hier redet auch keiner. Tatsächlich, hier redet keiner. Das ist halt immer an Solo-Queue so ein bisschen das Problem. Eigentlich muss man mit Freunden Pre-Made spielen, aber... Ja, manchmal geht es halt nicht. Manchmal geht es halt nicht. Das bedeutet MMR, Matchmaking Raid. Das ist quasi deine Wertung, die sagt, mit wie vielen... Ähm, oder mit was vielen Leuten du von der Elo her zusammen gematcht wirst. Das bedeutet, wenn du viele Spiele gewinnst, wirst du meistens... Ja, servus, Kalle. Ja, servus. Äh, Germany. Wir sind alle deutsch. Wir sind alle deutsch. Geil. Dann redet mal ein bisschen mehr und lass mal gewinnen. Ja, wir sind alle vier auf Team Street, das Ding. Ja, ich bin ja nicht da. Das ist noch mehr bei A. Einer nimmt sich den auf. Bitte was? Ähm, ja, und wenn du viele Spiele gewinnst, dann ist es gut für dich. Weil dann spielst du auch mit besseren Leuten zusammen. Und steigst schneller in der Elo... Nee, in der Regel. Ähm... Wenn du viel verlierst, wird es schwieriger. Einer noch bei A. Sind alle deutsch, hat er gesagt. Ja, so ist es dann. They talking. Der hat 130 gefressen, ne? Und jetzt ist er wieder voll wegen dem Hero wahrscheinlich. Er ist einfach Jesus von Nazareth. Ist doch witzig. Der hört bestimmt gern Bushido. Kappa. Breach alt, Brimstone alt, Kalle alt, alle alt, 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 alt. Schwierig. Egal, jetzt können wir kaufen. Out of charges. Gut. Dann versuchen wir mal zu carrieren. Ich glaube, einer sollte mit dir gehen. Und nicht zu drücken. Aber, was weiß ich schon. Jetzt die Mitte halt komplett offen. Sie steckt auch ihre Dinger zu früh. Sie stellt ihre Dinger viel zu früh. Bitte. Ich nehme den Ob jetzt extra nicht. Äh, damit ich das Geräusch nicht mache. Damit die Leute nicht denken, ich komme von hier. Falls sie jetzt mit dir stehen. Ich habe den Überraschungsverband auf meiner Seite. Bei mir ein Frack geht zurück. Ich bin der krasseste Spieler. Da, hier. Es geht. Okay, wir sind auf B drauf. Das bedeutet, ich brauche hier nicht mehr chillen. Zwei Leute noch am Leben. Sie machen die Tür zu. Die werde ich jetzt wegballern. Ah, gut. Ich habe wirklich, dass er den pusht. Wenn ich den nicht kriege, ist das scheiße. Ich könnte jetzt für eine Low-Waffe gehen. Also, ich könnte jetzt für eine Low-Armor gehen und wieder Full-Way gehen. Ich habe eigentlich... Das mache ich auch. Wenn ich jetzt nochmal mit der Wendel nicht so gut spiele, dann gehe ich gleich auf die Phantom. Ah, noch Quack. Kappa. Okay, bei A kommt was. Sehr gut. Gute Relation. Mitte steht noch was. Wieso hat die... Sie hat sich jetzt überhaupt nicht gereiht. Die Sage hat sich überhaupt nicht gereiht. Ich könnte mich auch da vorne hinstellen. Das Problem ist nur, ich komme da nicht so schnell hin und ich kann nicht rennen. Weil wenn die hier warten und nicht steppen, dann bin ich halt am Arsch. Deswegen warte ich immer kurz, ob sich jemand zeigt. Versuche mich dadurch noch zu retten. Und wenn das Ding jemand haben will, dann habe ich die Person vielleicht. Weil man tunnelt sehr schnell dafür. Und man guckt eigentlich eher dahin, wenn man das Ding nimmt. Dann guckt man eher dahin und weniger hier hin. Das Gute ist, sie deffen das jetzt bei B ganz gut. Und somit muss ich mich nicht bewegen. Was viele einmal am Anfang falsch machen ist, dass sie sich schnell bewegen, wenn sie merken... Oh, da ist einer. Jetzt sehe ich auf der Map oben, es sind mindestens zwei, drei Leute da. Jetzt bewege ich mich ganz schnell. Einfach aus dem Grund, weil ich natürlich verhindern will, dass der Spot sofort genommen wird. Ich bleibe einfach hier. Die verstehe ich nicht, warum sie die Pre... also schon vorher schon schmeißt. Generell muss ich sagen... Oh, die Gegner... Spotlighten sie. Die Gegner haben verraten, wo der Gegner ist. Das mag ich nicht. Oh nein, das ist... Call of Duty's bekommt eine Tür, die es bekommen hier auf die Fresse. Okay. Ist das so? Kommen Call of Duty-Spieler hier in dem Spiel auf Small? Ist Bier im Haus, Bier ist immer im Haus. Äh, Mars, danke. Ich mach das schon. Oh, man war... Stimbeacon down. Wird einer. Wird einer. Achso, ich guck da jetzt hin und da ist... vielleicht... kommt einer durch. Das Problem ist, dass Smokes in diesem Spiel sind so OP. Du brauchst halt immer einen Brimstone. Ich glaube, Brimstone wird es auch nie aus der Meta heraus schaffen. Also... Er wird immer gebraucht werden. Es sei denn, es gibt einen Agent, der es besser macht. Es sei denn, es gibt irgendwann einen Agent, der es besser macht. Aber selbst dann hat man einfach einen zusätzlichen, eigentlich, denke ich. Der das gut kann. Die müssen eigentlich auf B gehen. Die sind auf A, die sind auf A, die sind auf A. Ich hab so einen Schwein gerade. Ich hab so einen Schwein gerade. Ah, die haben nicht bekommen. Nice. Ich hätte gerade so Schwein, dass ich mir den Orb genommen hab. Sonst hätten die mich wahrscheinlich einfach berannt. Und sie wusste ja sogar, dass ich da bin. Witzigerweise. Aber sie hat einfach nicht gut gespielt. Stimbeacon macht... Ich glaube nur, dass ich schneller schieße. Rapidfire. Ich schieße einfach schneller. Also, ich weiß nicht, was Rapidfire heißt, aber... Achso, ihr seht's gerade nicht. Aber es steht halt Rapidfire. Aber Rapidfire bedeutet ja für mich per se eigentlich erst mal... Hey, komm auf A, die kommen auf A. Alter, wie ich die gerade ficke. Aber ins Arschloch. Ich hab die so gebummst, wie ich den... Boah, Alter, ich bin so krass. Von wo? Klippetis, Alter. Klippetis. Versteht ihr, wie ich mein? Alter, da war aber auch alles on point gerade. Da war gerade alles on point. Oh shit, ich hab mich in den falschen Moment weggedreht. Einer noch bei A, nimmt ihn auf. Aber die Sage-Ultimate war auch schlecht. Dass sie auch direkt in die Sage-Ultimate direkt dahinter geht. Das war echt schlecht. Das Fenster ist eh auf. Also es ist nicht auf, denke ich. Ja. Das heißt, er kann nicht sneaken. Ich weiß nicht, ob ich das spielen würde, ehrlich gesagt. Aber er will posen. Einer steht unter. Wenn er den kriegt, dann schafft er es vielleicht noch. Ich kann droppen. Da brauchen wir gar nicht. Aimboard on. Danke für den Clip. Bader. Ne, Bader. Ja, danke. Mitte steht noch was. Die Frage ist, wie viele sind es? Die Frage ist, wie viele sind es? Ich run dann, wann ich will. Meiner Meinung nach sind die noch nicht drauf. Multiple Enemies. See ya. Ah. Molly. Oh. Einer war hinter der Wand, hinter der Wand, hinter der Wand. Nice. Good job. Er hat meinen Fehler gut gemacht, weil ich den ersten Molly verkackt habe. Das heißt, sie wussten eh schon, wo ich da bin. Und ich hätte natürlich auf die Ultimate noch warten können. Aber die Gegner werden auch hibbelig. Also sein Ult war richtig gut geholfen. Aber das ging nicht scheiße. Aber das ging nicht scheiße. get out of my way smokes down smokes down hey hey short hey fires out I have a fear they have it a shot why why shoot through the glass unnötig one enemy remaining there is there is where he is I don't know if he has the spike is the question he has the ultimate he has to play but he has to play he has to play with the messer that tilt me oh he has to play he has to play now oh 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 she has to play and he has to play she has to play he has to play he has to play and he has to play that was smart so i would like to play the last two rounds i try to play oh oh i will also pick out oh 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 Übermütig. Arme, ne? Immer nur so viel machen, wie man muss. So wie es die zweite Sage Ultimate, die sie verkackt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den hätte ich eigentlich kriegen müssen. Es war schon schlecht, dass die anderen beiden gestorben sind. Jetzt verkack ich das noch. Ja, deswegen. Immer nur so viel machen, wie man muss. Ich hätte nicht da pieken müssen. Ich hätte nicht in die Mitte gehen müssen. Es war schon wieder greedy. Ähm, ich war bei Papu schon in der... bei Bronze Bravery dabei. Ich hätte mir meinen Arsch gerettet. Okay. Da hätte ich meinen Arsch gerettet. Last round before the switch. Need a quick bit. Spend those threads before I... Thanks. Felix, hast du meinen Ace schon gesehen von eben? Im Ranked. Bei A kommt was. Hm? Bei A kommt was. Aber nur einer bisher. Äh, ich bin grad im Stream. Danke. Nee, grad nicht. Bei A steht immer noch. Bitte halt deine Fresse. Ich weiß, es ist dein Stream. Ich weiß, es ist deine Schau. Und ich bin hier nur ein Gast, aber... Ruhe bitte. Knöppel, Alter. Danke dir für den Host. Voll nett von dir, Mann. Got him ranked. Und es geht. Die gehen bei A, die gehen bei A. Low, die ist low. Nice. Ah, was ist denn mit dem? Naja, es ist schon nett. Ist schon nett, dass er fragt eigentlich mit dem MTS. Aber wenn ich nicht will, dann muss ich ja nicht. Knöppel, Mann. Danke dir. Gerade nochmal ein schönes Ace gemacht. Und jetzt hoffentlich gewinnen wir hier. Das wäre nice. Weil die mich nicht kennen. Ich hab grad gewölbst. Das passiert öfter. Lass ein Like da. Ehre in den Ace. Oh mein Gott. Was bedeutet Rocket Beans Besieger? Ich war heute bei den Rocket Beans und hab die gebumst. Mit Max zusammen. Einer hat gesagt, dass ich meine Fresse halten soll? Habe ich nicht mitgekommen. Weiß ja nix von. Einer in der Mitte. Push. Zwei Mitte. Zwei Mitte pushen euch. Zwei Mitte pushen euch. Zwei Mitte pushen euch. Zwei Mitte pushen euch. Aber die Info. Die ist da. Ich hab den Leuten gesagt, was Sache ist. Ehre. War das nicht der Host alert? Ich hab doch auch gesagt, danke für den Host. A la. Was gab's eigentlich bei Knöppel? Was hat er gespielt? Callout Minister. Siehst angespannt aus. Ich bin im Rank. Dann bin ich immer ein bisschen angeschränmter. Ich will gewinnen. Ich bin einer, der gerne gewinnt bei sowas. Ach. Och, ach so. Mein Host Alert war halt die Fresse. Ah, das ist, weil meine Stimme mittlerweile ein bisschen anders ist, glaube ich. Tag of Main. Oh, war ja. Mein Host Alert sagt, Halt die Fresse. So, Ruhe bitte. Ich weiß, es ist dein Stream. Und ich bin hier nur ein Gast, aber... Halt deine Fresse. Ruhe bitte. Ich habe mir nichts gekauft. Ich bin so ein Lappen. Ich hoffe, das merken die nicht. Muss mich die Runde nochmal carryen lassen. Ich habe aber den Spike. Okay, die wollen woanders hin. Die spielen echt gut. Das macht richtig Spaß mit denen hier. Ich brauche nur eine Waffe. Jetzt bekomme ich eine Weapon. Hat jemand eine Weapon für einen Kano? Nee. Die Klassiker habe ich ja auch. Geil. Oh, der hat gut gekarriert. Der hat echt gut gekarriert. Ich zeige ihnen, dass sie ihre Eltern respektieren. Guck mal, jetzt habe ich sehr viel Geld. Das war natürlich alles Absicht. Machen Sie ihr Gold zu Geld. Ich glaube, ihr kriegt gleich einen Uprank. Bei 13.3 oder 13.4. Wer weiß. Wer weiß. Das einzige Leben, was mir taugt zur Zeit. Ja, ist doch voll in Ordnung. Tummelwiese hat mich auch nochmal gehostet. Alter, geil. Zusammen. Oh, die Gegner sind aber auch richtig im Ass. Der ist Klaus. Also Klausch hat da noch einen. Safe. Alter, wie viel alles zu smoke? Wie die Wilden. Smokes sind soo nice. Stimbeacon hier. Stimbeacon down. Was saved er, ist die Frage. Uprank wäre Ehre. Jetzt habe ich die letzten Runden übelst nachgelassen. Bis zumal ein paar Leute fraggen. Oh, almost done. Cool. Cool, cool, cool. Noch ein Ace wäre nice. Ein Ei. Eine Ibo. Sie alle wollen. Alle wollen Kids. Wir wollen uns auch gerade gegenseitig bumsen. Ich habe noch einen Kill. Ja. Ja. Also ist die Baby. Ja. Sie haben so die Popes. Ich habe den �07- Die Popes befestigt. Ich habe den Wunsch alsoтяb. Enemie remaining. Stim beacon down. They initiated. Smoke's down. Smoke's down. Er muss es halt versuchen. Und ich hoffe, dass ich der Glückliche bin, der ihn töten darf. Das wäre Ehre. Oder will er es jetzt nicht mehr versuchen, wegen KDA? Er muss. Ah. GG. Nein, ich bin nicht mehr Erster. Scheiße. Gun uprank. Gun. Yes. Endlich Platin. GG. Und den Peacekeeper bekommen. Was will man noch? Was will man noch in seinem Leben? Ja, damit beende ich hier ganz offiziell meine Valorant Karriere. Oh, das Ding habe ich auch noch bekommen. Geil. Geil. Wisst ihr eigentlich, wie lange schon her ist, dass ich mal in irgendwas Platin war? Ziemlich genau vier Jahre ist es jetzt her, dass ich in irgendwas Platin war. Das ist halt schon krass. Und damusic ist auss momento. Ich hoffe, aber wir fahren auf điвиг. Und wir machen jetzt ein. Wir haben.